Ja hallo und willkommen zum Part 28 und Minecraft Pocket Edition. Ja, 28. Ja, ok. Und mit dabei ist heute der Möhl. Wer ist sonst so dabei? Hm, ich weiß nicht. Ja, du sagst heute dabei und wer ist sonst dabei immer? Nein, Alter, ich will nicht schlafen. Also, Leute, kurze Info, ja, meine letzte Aufnahme. Willst du meine Aufnahme eigentlich nehmen oder nicht? Nein. Die Leute sollen zwei Jahre anschauen. Leute, meine letzte Aufnahme, die hat mal wieder Nein gesagt. Die dachte sich nicht, es juckt mich nicht, dass der das gerne hochladen würde. Ja, und es hat mich halt, es fackt mich halt übels ab, dass meine, ich hab's euch wahrscheinlich schon irgendwo in den Kommentaren geschrieben oder so. Und ich werd wahrscheinlich sogar ein Video hochladen. Wo ich schreibe, hier guckt der Link zum Möhl, guckt alle bei ihm vorbei, lasst ein Abo da. Ja. Ähm, ja. Mh, das werd ich wahrscheinlich machen. Deswegen wisst ihr es ja bereits, meine, die Aufnahme der Folge... Also, ich weiß es nicht. ...27 für mich ist kaputt. Ja, gut. Jetzt wisst ihr es. Und das hat mich halt besonders abgefuckt, weil wir da noch einmal ziemlich viel gemacht haben. Und da waren wir... Na, du hast ziemlich viel gemacht. Ich hab die eigentlich nur... ...produktiv. Wir sind hier jetzt an einem anderen Ort bereits. Ich zeig den Leuten mal eben die ganze Umgebung hier. Wir sind an einem neuen Ort. Zumindest Möhl. Oder ja, ich jetzt halt auch. Aber Möhl hat hier einen kleinen Stützpunkt aufgebaut. Boom, Creeper! Dummer Zombie. Okay, Zombie geht auch. So. Verrecken? So. Wenn man hier den Weg entlang geht, kommt man zurück zu unserem normalen Aufenthaltsort. Cool! So, wo die Häuser, die Brücke und die Burg und alles steht. Und hier sind wir jetzt halt. Cool! Und hier hat Möhl so ein bisschen etwas errichtet. Und hinter dem Haus von Möhl, da war auch ein Lavawasserfall. Ein Lavawasserfall? Ja. Und den hab ich dann... Also ein Lavawasserfall. Nein, ein Lavawasserfall. Ja, nein, ein Lavawasserfall war es so. Den hab ich mit Wasser zugeschüttet, damit es wirklich ein Lavawasserfall war. Und Möhl sucht jetzt hier grad nach dir, Mann. Äh, das hab ich nicht gesagt. Eigentlich suche ich hier eine Höhle. Ich hoffe, dass ich eine Höhle treffe. Wenn ich auf jemanden... Ich kann dir aber eben behilflich sein dabei. Ja, muss nicht. Ich will ja... Ich brauche die Steine. Ich brauche die Steine für meine Burg. Hä, wie? Die Steine brauche ich ja für meine Burg. Ah, okay. Aber ich helfe dir trotzdem hier mal. Ja, ganz ruhig. Ich mach... Du machst rechte Seite, ich mach linke Seite. Jo! Das war... Ey! Ich bin grad hier irgendwo runter gegraben. Es war komplett dunkel. Warum gräbst du dich runter? Ja, ich hab's nicht gesehen. Warte, dann bin ich jetzt hier ein paar Ebenen weiter unten. Alter. Gangen wir hier mal weiter, Leute. Wir gangen mit dir einfach so lange weiter, bis wir irgendeinen Scheiß finden, okay? Jo, hier ist Kies einfach. Zerstörte einfach meinen ganzen Weg hier. Alter, wenn hier Kies auf mich runterfällt. Ja, dann lache ich. Du brauchst eine Schaufel. Ich hatte mal eine Holzschaufel. Ja, man tun eigentlich an. Ja, man tun es an. Ja, Leute, ich hab äh... seit den letzten Aufnahmen noch ein paar Einstellungen geändert. Ich hoffe, Möfi ist jetzt genügend laut und Spiel-Sound passt auch. Und meine Audio und Handy-Audio ist sowieso komplett beschissen. Und ich muss irgendwie einen Aufnahmemodus finden, dass ich dann deine Stimme direkt aufnehme. Oder... Ja... Nicht über mein Handy-Mikrofon. Ja... Mit OBS geht ja das. Nicht? Ja, aber auch OBS auf dem PC und ich spiele ja auf dem Handy. Ja, dann musst du die Audio halt über den PC aufnehmen und dann das zusammenschneiden. Wäre das nicht möglich? Mit dem aktuellen Schneideprogramm nicht möglich. Ah, okay. Ja, gut. Alter, kann ich hier hoch? Aber ich weiß, was du meinst. Ja, so hab ich das auch immer gemacht, aber jetzt bei mir funktioniert ja OBS nicht mehr. Haha. Ja, wunderbar, wirklich. So... Ah, hier geht's hoch. Hier bin ich auf jeden Fall hochgekommen irgendwie. So, und das... Dieses Mal beenden wir die Aufnahme mal vor 22 Minuten, weil ich glaube letztes Mal waren es ein paar Minuten, die es ausgemacht haben, dass ich keinen Speicherplatz mehr hatte. Und dann hat sich die Aufnahme selbst zerstört. Aber wir hatten vorhin eine 20-minütige Aufnahme geschafft, oder? Ja. Ja, das heißt, wir dürfen nicht überziehen. Aber... Ja, wirklich nicht. Aber ich hab jetzt noch ein paar Dateien mehr gelöscht und von dem... Ja, explodier doch grad noch. Ja, gut. Im Wasser ist es sowieso. Geht's... Geht schon klar. So. So. Ja. Ja, du dummes Skelett, kannst mich jetzt hier schon abschießen. Hältst mich nicht davon ab, jetzt hier noch Sand zu farmen. Du dummes Skelett. Das sind so richtig die dummen Leute, die nicht checken, dass sie es nicht hinkriegen, das, was sie eigentlich wollen. Ach komm, dann sterb jetzt halt einfach. Wenn du zu dumm bist, dann musst du sterben. Ach, vorbeleidig... Loll! Du hast mir einen Bogen gedrobt! Was? Danke! Ach so, hast du einen Bogen, ich dachte, was? Ah nein, ich kann den nicht einsammeln, weil ich ein volles Inventar habe. Warte, 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 warte. Kann ich kurz irgendwo eine Truhe machen, damit... Ich hab eine Truhe bei mir. Ich hab eine Truhe bei mir. Ah, okay, warte, ich muss gerade alles da rein tun, damit ich das dann auch sammeln kann. Alter, danke, du bist aber ein gutes Skelett. Also ich weiß, was ich zum nächsten... Ich weiß, was ich zum nächsten Part bauen könnte. Und zwar hab ich mir so vorgestellt, dass wir so einen kleinen Marktplatz bei uns bauen. Da schmeißt jeder seinen Müll rein, den er nicht mehr braucht. Und der andere kann das einfach entnehmen. Oder es kann einfach allgemein... Ja komm, alter, fuck! Ich sterb, nein, ich sterbe, ich sterbe! Scheiße, scheiße, scheiße! Stirb, 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 stirb! Stirb! Zwei Zombies, ich krieg's nicht! Ich hab ein Herz, ich hab ein Herz! Fass! Haha! Okay... An euch, äh, Zuschauer jetzt! Könnt ihr mal bitte nachzählen, wie oft Aqua gestorben ist? Kannst du meine Items holen? Bin ich gerade dabei. BINNICH GRIAD DABI? Loll, wieso hast du in meinem Bett geschlafen? Keine Ahnung, ich hab nicht... Ah, ich bin einmal aus Versehen drauf gekommen. Und dann hat sie es vielleicht gerade als Bon genommen. Keine Ahnung. Es reicht aus einfach nicht zu schlafen, sondern einfach da drauf. Keine Ahnung. Das müsstest du wie immer austesten. Warte, hast du einen Ofen? Hier, ich hätte noch Eisen. Äh... Ah, da ist ein Ofen. Okay. Bisschen cooler wird auch noch. Genau, mit der letzten Folge, die bei mir nicht aufgenommen wurde. Mhm, danke dafür. Herr Blani. Ähm... Da wurde... Äh... Ja, die wurde nicht aufgenommen, schön. Nein! Da hab ich Eisen... Also doch, sie wurde ja aufgenommen, aber man konnte sie nicht wieder geben. Verpiss dich, Creeper! Verpiss dich von der Haustür! Ja. Warte, ich hole ihn. Loll, mit Rüstung. Ähm... In der letzten Folge hab ich ziemlich viel Eisen und Kohle gefahren. Die hab ich... Ach, die hab ich in meinem... In meinem richtigen Haus hab ich die brennen lassen. Leute, komm ich geh zurück. Das wird hier eh nicht mehr viel. Ich geh zurück. Da liegt noch... Da liegt noch ne Spitzhacker von dir. Jetzt weiß ich zumindest wo du gestorben bist. Ja, hier hinten liegen auch noch Erdenwirkung zu. Leute, komm! Dazu müssen wir den weiten Weg mal eben zurücklaufen. Der ist echt weit. Der hat mir alles den ganzen Weg voll Sand... Also... Nicht Sand, einfach den ganzen Weg gebaut. Alter, wie ist der einfach hardcore gestorben? Äh... Ein Bogen liegt hier noch, ne? Hä? Echt? Ist der da? Dein Bogen liegt da noch. Mann! Egal, dann behalte ihn halt. Okay. Der ist so abgenutzt. Und da liegt noch ne Axt und ne Spitzhacke. Axt ist keine... Nein, meine Eisenexte! Meine Eisenspitzhacke, komm! Dann hol ich sie halt noch kurz. Ne, das ist... Das war keine Eisenspitzhacke. Hä? Wo sind meine Eisenspitzhacke? Das war ne Stein gewesen. Ah, ich hab beide Eisenspitzhacke. Okay. Ja, gut, dann geh schon. Hier ist ein Hund mit dem Tun mich nicht grad beißen. Das tute nur, wenn du ihn haust. Okay. Wenn du ihn ganz böse bist. Leute, wisst ihr was? Ich zeige euch doch mal noch einmal den Lava-Wasserfall und Milf. Weil ich den ja in der letzten Folge gezeigt habe, aber die nicht aufgenommen wurde. Ja, toll. Hm. Rrrrrrrr. Alter, wenn diese Folge auch nicht aufgenommen wird, ne? Dann ist das locker so scheiße. Dann können wir das Projekt direkt wieder verwerfen. Ne. Leute, also hier hinter dem Haus... Ah, nein, da will ich jetzt nicht drunter spielen. Ich zeig's von oben, wenn ich's kann. Wenn das geht. Okay. Hier hinter dem Haus von Milf ist einfach ein Lava-Fall gewesen. Lava-Wasserfall. Lava-Wasserfall. Ja. Und hier hab ich sogar einmal... Ja, hier hab ich mich noch hochgesteckt. Hier hab ich noch ein paar krumme... Hier hab ich noch ein paar krumme Dinge gemacht. Und hier hab ich dann die Lava-Quelle gesucht. Und hier... Huuuuh. Du hast dein Eisen hier gelassen. Ja, egal. Das kannst du behalten. Ich hab noch Eisen in meinem Haus. So. Also. Hier hab ich noch... Hier war eine Lava-Quelle. Und hier hab ich dann Wasser drüber laufen lassen. Damit halt wirklich ein Lava-Wasserfallfall... Ja, wir graben uns hier gerade runter. Ich werde mich zwar auf... Achso, ich dachte, ich lief ein Pfeil. Ähm, ich werde mich zwar auf Diamantenhöhe begeben. Und in Hoffnung irgendwie Diamanten zu finden. Aber mein primäres Ziel ist hier mehr eine Höhle zu finden. Zufällig. Und oder bisschen Kohle und halt sonstige Materialien. Also, ich bin nicht auf Diamantensuche. Hoffe trotzdem auf Diamanten. Ist ja klar. Aber wir brauchen wirklich eine Menge Kohle. Ja, das ist jetzt so... Weißt du... Man sagt... Du sagst einfach... Man kann einfach sagen, ich bin nicht auf Diamantensuche. Aber dabei sucht man Hardcore danach. Und wenn man einen findet, dann... Tja, ich war nicht auf Diamantensuche. Ich hab trotzdem einen gefunden. Easy, oder? Ich verrate nicht meine Taktik. Ne, ist ernsthaft. Ich will eigentlich auch viele Steine hier sammeln und so weiter für die Burg. Kohle halt, um das halt zu farmen. Kohle findet man in allen Höhen. Ja, genau. Man kann ja nebenbei trotzdem nach Höhlen suchen. Also... Ja, nach Höhlen. Ja, auch nach Höhlen. Das wäre auch ein bisschen interessant. Ich hab jetzt... Aber eigentlich bin ich dann nebenbei dann auf Diamantenhöhe. Und in der Hoffnung, dass ich Diamanten finde. Das wäre natürlich geil. Die ersten Diamanten in diesem Projekt nach Folge 28. 20? Ja, Alter. Irgendwie... Aber das ist jetzt nicht mein primäres Ziel. Geh doch jetzt da rein! Hm? Hm? Das ist langsam so ab. Mein Handy kriegt nichts auf die Reihe. Hm? Wenn die Aufnahme noch da ist, Alter, dann ist das ein Wunder. Ey komm, das wäre so scheiße. Warte, ich guck mal, ob die Aufnahme noch läuft. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Hm? Ich wollte mich doch verarschen. Ist was? Ich sag so, ich hab ne andere Art von Höhle gefunden. Warte, soll ich zu dir kommen jetzt? Bei wie vielen Minuten sind wir? Äh, zwölf halb. Ich glaub zum nächsten Part kommst du da einfach. Okay, nee, warte. Ich hab nicht, ich hab nicht ne Höhle gefunden, sondern ich hab ne Mine gefunden. Ohne will. Alter, warte, ich komm jetzt ganz schnell. So, ich hab ja auch Eisen gefunden, das baue ich auch gerade nebenab. Ich hab einfach ne Mine gefunden. Ich denk mir so, was ist da auf einmal so hell und da steht, da liegt ne Fackel. Und das gibt es nur in Mine. Alles klar, ich komm jetzt sofort zu dir. Ja. So, Eisen abgesammelt, dann baue ich den Weg jetzt hier nach unten. Ich find hier einfach... Ohne schlecht. Ich will zum Öffrennen. Dann können wir ein bisschen gemeinsam die Mine erforschen. Mhm. Ja, dann kann ich die Folge nennen Mine gefunden. Mhm. Agfa macht sich jetzt schon gedacht, wie die Folgen heißen sollen. Dann ist aber schnell, dass ich vor Minute zwölf noch da bin. Äh, vor... Boah! Erschreckt mich nicht! Ich weiß, es ist nur ein Zombie, aber trotzdem. Bei Minute zwanzig müssen wir beenden, sonst fackt meine Aufnahme wieder. Ja, wir sagen einfach bei 19 Minuten sage ich dir einmal Bescheid, dann machen wir direkt Abmoderation. Ja gut, okay. Komm jetzt lauf mal ein bisschen schneller dahin. So. Wir sind wieder da. Ich hab noch ein paar Zombie-Fleisch-Sachen, die ich essen könnte. Lol, ich hab meine Rüstung noch gar nicht angezogen, weil ich... Ich bin in diesem Part gestorben, oder? Ja. Nicht in der Aufnahme, wo es gelöscht wurde. So. Das müsste in diesem Part gewesen sein. Mhm. Und vergiss nicht, die Fackeln immer rechts zu setzen, wenn du Fackeln setzt. Das ist jetzt hier besonders in Wien sehr, sehr wichtig. Also immer in der rechten Wand. Wenn du links positionieren möchtest, dann auf dem Boden. Mhm. Dann weiß ich, okay, es dient zur Beleuchtung. So. Da läuft ein Creeper rum. Geil. So, wo bist denn du? Ich komm mal zu dir runter. Ich hab eins. Mama. Ich hab so Schiss gerade davor, weil ich weiß, dass hier um die Ecke ein Creeper ist. Und der kommt nicht raus. Und du Zombie, verpiss dich. So, er ist tot. Ich... Boah! Was hab ich gesagt, Polen? Der explizit ist einfach eiskalt neben mir. Hätte ich keine Eisen... Boah! Alter! Ich schreck mich nicht! Du kennst einfach runter! Also... Ja, ich hab mich genau über deinen Namen runtergekommen. Alter! Hä, wo geht's hier hoch? Nicht da. Hä? Darf ich denn mal öffnen? Wo geht's hier hoch, Mann? Hä? Es war doch hier gerade ein Ausgang. So, komm her. Folg mir. Okay, da. Und hier links geht's dann hoch. Wieso griebst du dich einfach eiskalt runter? Dann baust du meinen Weg... Hast du meinen Weg kaputt gemacht? Ja, du hast den Weg kaputt gemacht. Hä? Wohin nicht. Es hat nichts gemacht. Doch, hast du. Ich denke mir so, what the fuck? Ein nächster Zombie oder... Keine Ahnung, irgendwas. Ich hab zwei Brot gefunden. Und keine Melonen! Was? Hä? Ah, ich will das doch mit. Okay, gut. Gut, gut, gut. Wie war das mit fucking rechts gesetzen? Ah, nein. Du setzt einfach eiskalt die fucking links. Willst du mich verarschen? Ey! Nein, ich hab das kurz dahin gemacht. Ja, ich muss das ja wieder abbauen, den Sand. Tut mir leid. So, Leute. Also, wir haben auf jeden Fall eine Höhle gefunden. Der Titel ist berechtigt. Das ist keine Höhle. Ich will mal da runter. Hör, wenn jetzt hier Monster sind wieder. Wenn ich hier sterbe, dann respawne ich auch nicht wieder. Das ist der Schauß. Alter, nein, da ist ein Skelett! Fuck, da ist ein Zombie! Stimmt. Alter, hier ist locker grad noch irgendwo ein Spawner, Mann. Hey, lass mich sofort wieder hoch. Nö! Ich hab grad richtig Angst, Mann. Meinst du, ich nicht? Also, ich hab grad... Wenn hier unten grad irgendwo ein Spawner ist, komm, ich muss hier hoch, Alter. Ich hab grad dich hoch. Skelett! Ja, moin. Moin. Ich bin irgendwo Monster-Spawner. Wir sind... Oh, scheiße. Da waren noch Augen. Bei wie vielen Minuten ist das? Oh, nicht. 17,5. Okay. Na, Alter, ich will hier hoch, du dummes Dings. Ich will hier hoch! Ich will hier hoch! Komm jetzt, schneller! Alter, bist du so dumm! Alter, von wo kommst du denn her? Achso, ich hab nur... Ich bin so doof. 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 So, was ist das hier drin? Hä? Ich wollte nichts machen, ich hab die Kiste abgebaut. So. Ich bin so doof. Ich bin so doof. G-U-H-T. Kohle! Ich brauch Kohle! Ich brauch Kohle! Ich brauch Kohle! Ich brauch Kohle! Kies! Ich piss dich. Also, Kies kannst du meinen Wink abbauen, aber du hast kein Problem mit. Nee, das ist meine Kohle. Ey! Na, ich baue Kies ab, bitte. Bist du überall Kies, oder was? Ja. Jo. Ich würd sagen, wir beten jetzt die Folge. Es ist grad ein passender Moment. Ich hoffe, ihr das Beste für meine Aufnahme. Ihr könnt euch schon mal beten. Also, ich lauf zurück zur Basis und dann vorbereite ich mich. Und so, wie wir es bei der letzten Folge gemacht haben, wenn ihr sie bei Möw gesehen habt, dann wisst ihr jetzt so von den Sprechern, wenn ihr sie nicht bei Möw gesehen habt, dann seid ihr für untreue Zuschauer. Nee, also, deswegen, machen wir es jetzt gleich. Einfach alle, die jetzt noch dran sind, schreibt mal bei mir Möw in die Kommentare. Einfach Möw. Aqua. Und jeder, der das tut, dem schuldet Aqua einen Keks. Ja, das hab ich in der letzten Folge gesagt, aber... Siehst du? Ihr habt es ja bei Möw gesehen, okay. Von dem her ist das kein Problem. Und ihr habt es auch bei Möw bis dahin geschaut. Also bis zum Ende. Und ihr schaut es auch jetzt bis zum Ende. Und deswegen spampt es... Hä? Hä? Alles klar. Was? Du bist gerade in der Luft hier liegen. Moin. Du lachst gerade einfach hier ein paar Blöcke... Du lachst hier, wo ich jetzt stehe. Okay. Ja. Lachst du in der Luft. So, im nächsten Part werde ich dann, oder werden wir, wie auch immer, die Mine ein bisschen erforschen. Und ansonsten würde ich sagen... Du bist bei mir in der Luft. Nein, ich hab ein Wegging gesetzt. Ich kann nicht sterben, ist ein Monster. Nee, nee. So, mach Endcut, sonst geht deine Aufnahme kaputt. Ja gut, ja. Leute, schreibt Möw in die Kommentare, wenn ihr noch dran seid. Wir sehen uns in eurer nächsten Folge dieses Projekts oder in einem nächsten normalen Video wieder. Weil diese Videos sind nicht... Bällig! Gut, okay. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.